Die Mannschaften Silent Secrets und Palestra, zwei Wettkampfformationen aus dem Bereich Gymnastik und Tanz im OTB, die haben für den heutigen Abend eine Choreografie, kann man sagen, mit dem Titel Feuer und Eis erarbeitet. Die Musik zur Showchoreografie ist der Titel Good Particle aus dem Thriller Illuminati. Die Musik zu diesem Film kommt ja von einem Deutschen von Hans Zimmer und Sie werden sie gleich erleben. Die Musik und die 14 Teilnehmerinnen. Und die werden trainiert von Susanne Köster. Silent Secrets und Palestra mit Feuer und Eis. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018